Dieses zum Kauf angebotene 8 Zimmer Einfamilienhaus befindet sich in Nochherrn. 1966 wurde dieses Gebäude erbaut. Das Haus verfügt über zwei Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 800 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 220 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für ca. 177.700 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Die Zettelung. Die Zettelung wird über 10 9.06. 125 mm Chernenав acquiring 1,5 cm Kaffee zum nass.